Motivation ist die Empfindung, etwas zu wollen oder zu vermeiden. Wenn wir uns ansehen, was uns motiviert zu lernen, zu entwickeln und erfolgreich zu sein, erkennen wir zwei gegensätzliche Antriebskräfte – extrinsisch und intrinsisch. Auf der einen Seite wollen wir dazugehören. Wir wünschen uns, geliebt zu werden und streben nach der Aufmerksamkeit, die wir glauben, zu verdienen. Wir werden extrinsisch durch Belohnungen motiviert, um sozial erfolgreich zu sein. Auf der anderen Seite streben wir danach, Dinge zu erforschen, die in sich selbst befriedigend sind, unabhängig von den Belohnungen. Intrinsisch motiviert sind wir durch eine natürliche Neugierde, der wir nachgehen, weil es sich richtig anfühlt. Die Meinung der anderen spielt keine Rolle. Um zu verstehen, warum wir wahrscheinlich eine gute Mischung aus beiden brauchen, stellen wir uns zwei vierjährige Kinder vor. Beide wachsen in Familien auf, die nur das Beste für ihre Kinder wollen, aber völlig gegensätzliche Ansichten darüber haben, welche Motivation sie zum Erfolg führt. Toms Eltern glauben, alles, was ihr Junge braucht, ist Liebe. Um seine intrinsischen Interessen nicht zu untergraben, loben sie ihn nie und setzen auch keine Belohnungen ein. Schließlich beschließen sie, ihm überhaupt kein Feedback zu geben, da sie befürchten, dass dies seinen freien Geist korrumpieren könnte. Im Laufe der Jahre entwickelt Tom eine enorme Vorstellungskraft und verbringt die meiste Zeit damit, alleine zu spielen. Dadurch, dass er seinen Leidenschaften nachgehen darf, lernt er, was er mag und was er nicht mag. Aber Tom lernt nicht, was andere erwarten und ist leicht reizbar, wenn er gebeten wird, etwas auf eine bestimmte Art und Weise zu tun. Miras Eltern glauben, dass ihr kostbares kleines Mädchen klare Regeln braucht, was gut ist und was nicht. Sie halten es für ihre Pflicht, Mira beim Lernen zu helfen, indem sie ihr präzises und umsetzbares Feedback zu allen Aspekten ihres jungen Lebens geben. Mira verbringt ihre Tage in der Kita, im Musik- und Ballettunterricht. Im Laufe der Jahre wird sie außergewöhnlich gut bei den Dingen, die den Erwachsenen gefallen. Da jedoch weder Zeit zum Spielen noch zum Entspannen bleibt, entdeckt sie ihre eigenen Interessen nicht. Das Alleinsein langweilt sie. Mit 14 Jahren ist Tom unabhängig und beginnt, Science-Fiction zu schreiben. Er merkt, dass er nicht ganz so ist wie seine Freunde und verbringt die meiste Zeit in der Bibliothek. Wenn er von seinen Werken erzählt, können die anderen ihn nicht ganz einordnen. Im gleichen Alter ist Mira an der Klassenspitze und hat viele Freunde und Bewunderer. Sie weiß, was man von ihr erwartet und sorgt dafür, dass sie diese Erwartungen erfüllt. Manchmal wird der Druck unerträglich, aber das ist ihr Geheimnis. Mit 21 hat Tom eine einzigartige Perspektive auf die Welt. Er ist intelligent, mag es aber nicht, für Geld zu arbeiten und ist daher oft pleite. Er hasst die Idee, sich konventionellen Normen anzupassen und ist genervt, wenn sich jemand in seine kreative Entfaltung einmischt. An diesem Punkt weiß Tom eine Menge über sich selbst, aber er kann mit anderen nicht gut Beziehungen aufbauen. Für ihn scheinen die Menschen Regeln zu befolgen, ohne sie zu hinterfragen, wie Schafe. Es fällt ihm schwer, sich in die Gesellschaft zu integrieren und er beginnt, nach einer Utopie zu suchen. Mira schafft es in eine Top-Medizinschule, wo ihr klar wird, dass sie nie wieder die Klassenbeste sein wird. Sobald dieser Platz unerreichbar scheint, sinkt ihre Motivation und sie fragt sich, ob Medizin sie überhaupt interessiert. Da Aufgeben keine Option ist, nimmt sie ein zweites Hauptfach auf und kandidiert für das Amt der Studentenratspräsidentin. Bald weiß Mira alles über das, was andere erwarten, aber nichts über das, was sie für sich selbst mag. Ihr ganzes Leben lang hat sie nur zugehört, getrieben von externen Feedback-Schleifen. An diesem Punkt hat sie auch die Fähigkeit verloren, die Normen der Gesellschaft, in der sie aufgewachsen ist, zu hinterfragen. Auf unser Herz zu hören, kann uns sagen, wer wir sind, aber nicht, wie wir mit anderen glücklich werden können. Auf andere zu hören, kann uns motivieren, ein Teil ihrer Welt zu sein. Es zeigt uns aber nicht, ob es auch unsere Welt ist. Deshalb ist es wahrscheinlich gut, wenn wir beide Motivationen in uns tragen. Dann können wir lernen, was wir selbst wollen und wir bekommen das Feedback, das wir brauchen, um die Motivation zu behalten, neue Wege in eine bessere Gesellschaft zu beschreiten. Ein Großteil der Forschungen zeigt, es ist nicht einfach, die beiden Kräfte unter einen Hut zu bringen. Eine Meta-Analyse von 128 Studien untersuchte die Auswirkungen von extrinsischen Belohnungen auf die intrinsische Motivation. Während die meisten Belohnungen unser intrinsisches Interesse signifikant unterminieren, inspiriert uns positives Feedback, das ein extrinsischer Motivator ist, zum Weitermachen. Einfach ausgedrückt, ehrliche Worte der Ermutigung bringen uns in Schwung, während Geld oder Geschenke unseren inneren Antrieb schwächen. Wie sieht es mit dir aus? Hörst du auf dein Herz oder auf die Stimmen der Gesellschaft? Und aus deiner persönlichen Erfahrung heraus, welche der beiden trifft letztendlich deine Entscheidung? Teile deine Gedanken und schau dir die Beschreibung an, um tiefer in das Thema einzutauchen. Sprouts-Videos werden unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet, dass unsere Videos kostenlos sind und jeder sie für den persönlichen Gebrauch herunterladen, bearbeiten und abspielen kann. Öffentliche Schulen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen können sie auch für Schulungen, Online-Kurse oder die Gestaltung neuer Lehrpläne verwenden. Du kannst uns helfen, weiterhin unabhängig zu bleiben und dabei unsere Arbeit unterstützen, indem du dich den anderen Förderern anschließt und einen Beitrag beisteuerst. Besuche einfach patreon.com slash sprouts. Wenn du dich in bestimmten akademischen Themen gut auskennst und uns helfen willst, komplizierte Ideen in einfacher Sprache zu erklären, kontaktiere uns einfach unter sproutsschools.com